Die klassische Detektion von unerlaubtem Eindringen umfasst konventionelle Sicherheitstechnik wie Zaunsensoren, Bodensensoren und Überwachungskameras. Die Kombination bietet einen hohen Schutz und erzielt eine abschreckende Wirkung gegenüber Angreifern. Es besteht jedoch ein Restrisiko, dass sich Kriminelle dadurch nicht von ihren Vorhaben abbringen lassen. Im Alarmfall spielt Zeit eine wichtige Rolle. Unverzögerte Reaktionen sind stressbedingt nicht auszuschließen. Manuelles Suchen raubt viel Zeit und eine händische Steuerung erweist sich als ineffizient. Verschiedene Alarme von sich ergänzenden Sicherheitseinrichtungen sind ein Worst-Case-Szenario. Dies verursacht Stress und Verwirrung. Für die intelligente Detektion von unerlaubtem Eindringen kommen in Hochsicherheitsbereichen Detektionszäune und Videosicherheitssysteme kombiniert zum Einsatz. Intelligente Videoüberwachung unterstützt den Bediener mit Funktionalität und zeigt relevante Videodaten automatisch an. Durch die IPS-Videoanalysen erfolgt eine automatische Gefahrenerkennung. Die präzise Detektion wird mit dem IPS-Zonenkonzept umgesetzt. Der Operator hat immer die aktuellen Alarmbilder im Blick. Eindringlinge, die nicht von ihrem Vorhaben ablassen, werden dank visuellem Auto-Tracking erkannt, automatisch von Kamera zu Kamera übergeben und über das Gelände verfolgt. Die Darstellung erfolgt sowohl im Live-Bild als auch auf dem Geländeplan. So sind komplexe Alarmszenarien einfach zu überblicken und Interventionen zielgerichtet durchzuführen. Securiton Besonders Sicher Hmm